Seit Jahrzehnten können Astronomen ein gigantisches Objekt erkennen, das sich der Erde immer weiter annähert. Mediziner entschlüsseln den genetischen Code des Menschen und stoßen auf Seltsames. All dies habe mit der ältesten Geschichte der Menschheit zu tun. Die Rückkehr der alten Götter, die Anunnaki, die den Menschen erschufen, den Planeten verließen, mit dem Versprechen eines Tages wieder zurückzukehren. Und damit Hallo meine Lieben zu zwei sehr interessanten Aussagen zweier Insider, die ebenfalls sagen, dass schon sehr bald in naher Zukunft etwas Großes auf uns zukommen werde. Eine unaufhaltbare Wahrheit, wie sie sie nennen, die das US-amerikanische Pentagon schon längst kenne. Wir schauen uns heute sehr genau an, was an diesen Aussagen dran sein könnte. Was dieses Objekt überhaupt ist, das sich der Erde immer weiter annähere. Und was Forscher in unserer DNA gefunden haben, wovon schon die alten Sumerer berichtet haben. Wie immer direkt nach dem Intro. Die Ereignisse rund um eine große UFO-Offenbarung überschlagen sich weiterhin. Ein Kampf im US-Kongress um eine große Enthüllung. Immer mehr Journalisten, Kongressabgeordnete und Whistleblower melden sich zu Wort. Schon nächstes Jahr 2024 wird es dann soweit sein. Die Anerkennung, dass an den unzähligen Berichten über UFOs und Aliens dann doch etwas mehr dran ist, als sich der Großteil der Bevölkerung überhaupt vorstellen kann. Eine langsame Vorbereitung auf das, was sich schlussendlich 2027 zeigen wird. Eine außerirdische Präsenz auf der Erde. Ein Regierungsinsider will uns nun von dem berichten, wer oder was sich in naher Zukunft zeigen wird. Eine Rückkehr derer, die schon vor Jahrtausenden den Planeten besucht haben. Stark in die Entwicklung des Menscheneingriffen. Mächtige Wesen, die die alten Sumerer als die Annunaki bezeichneten. Götter, die vom Himmel kamen. Mit dem Versprechen eines Tages wieder zurückzukehren. Und ihre baldige Ankunft habe auch einen ganz bestimmten Grund. Einen Grund, den das US-amerikanische Pentagon schon längst wisse. Von den vielen Gerüchten und Annahmen einer großen UFO-Offenbarung habe ich euch in den letzten Wochen immer wieder berichtet. Sogar von einer geplanten Enthüllung einer außerirdischen Spezies, die sich tatsächlich derzeit auf der Erde befindet oder sie bald besuchen soll. Doch wer genau denn diese überhaupt ist, das blieb bisher außen vor. Die einen sprechen zwar von den altbekannten Greys, andere wiederum von einer reptilienartigen Spezies. Doch wirklich genaue Angaben macht bisher keiner. Nun aber spricht ein Insider von den alten Göttern der Sumerer, die sogenannten Annunaki. Und tatsächlich wird auch in den uralten Schriften dieser ersten Zivilisation der Menschheit von diesen Göttern gesprochen, die dann wirklich eines Tages zurückkehren werden. Wir schauen uns heute ganz genau an, ob es die Annunaki sind, von denen uns schon 2027 berichten werden soll. Ob sie sogar schon unterwegs zu uns sind und den Grund für ihre Wiederkehr. Und da die Geschichte rund um die Annunaki vom Autoren Zechariah Sitchin ziemlich, naja, interpretiert worden ist, wollen wir es mal so nennen, blicken wir heute ausschließlich auf das, was wir wirklich wissen, was in den alten Keilschriften geschrieben steht. Ohne die Vermutungen von Zechariah Sitchin. Denn auch schon diese gesicherten Fakten berichten uns sehr genau von dem, was die Annunaki denn wirklich gewesen sein könnten. Fangen wir also wie immer von vorne an. In der sumerischen Mythologie sind die Annunaki die Götter der Unterwelt. Ihnen gegenüber stehen die Götter des Himmels, die sogenannten Igigu. Im Gegensatz zu der christlichen Mythologie sind die Götter der Unterwelt weitaus mächtiger als die des Himmels. Die Igigu müssen gar für die Annunaki arbeiten, bis sie dagegen rebellieren. Was dann passiert, erzählen uns die sogenannten Schicksalstafeln. Gesetze, an die beide Parteien gebunden sind, aufgestellt von dem mächtigen Gott Enki, dem Herrscher über den kosmischen Ozean. An seiner Seite steht Enlil, der die Luft und das Wasser schuf. Zur Befriedigung eines politischen Konflikts, der Rebellion der Igigu, das nicht mehr für die Annunaki arbeiten wollen, erschuf Enki etwas sehr Besonderes. Die Herstellung eines ersten Paares von Menschen, wie es heißt. Anhand seines Leibes und dem Lehm der Erde. Diese sollten den Göttern künftig als Arbeitssklaven dienen. Dies alles war aber schon längst vorherbestimmt. Verzeichnet auf den Schicksalstafeln. Sie beinhalten das gesamte Schicksal des Menschen. Ein freier Wille wurde der neu erschaffene Menschheit also nicht gestattet. Nach 1200 Jahren wurde den Göttern diese Menschheit zu laut. Sie wurden immer mehr und mehr, streiften wie eine brüllende Tierherde umher, wie es geschrieben steht. Sie beschlossen dem entgegenzuwirken. Entwickelten eine Krankheit, die zu einer weltumspannenden Pandemie werden sollte. Ein Massensterben folgte. Weitere 1200 Jahre später wuchs die Menschheit allerdings wieder heran. Es wurden einfach zu viele. Die Götter beschlossen diesmal eine weitaus drastischere Maßnahme. Eine große Flut, die alle Menschen auslöschen sollte. Doch Enki akzeptierte diese Entscheidung nicht. Er ließ ganz unbemerkt einem einzigen Menschen die Nachricht über die kommende Flut zukommen. Dieser rettete sich und ein paar Nachkommen mit einem Schiff. Doch die überlebende Menschheit wurde verändert. Enki begrenzte ihre Lebenszeit auf maximal 120 Jahre. So, dass sie sich nicht wieder so dermaßen ausbreiten konnte, wie sie es zuvor tat. Die Götter verließen schlussendlich den Planeten. Mit dem Versprechen, eines Tages wiederzukehren. Eine wirklich hochspannende Geschichte, wenn auch recht grob zusammengefasst. Und tatsächlich stammt sie nicht aus der Feder eines Präastronautikers, sondern steht genau so in den alten Keilschriften der Sumerer geschrieben. Dass uns das alles an die biblische Geschichte erinnert, das brauche ich euch gar nicht mehr zu sagen. Die Erschaffung des Menschen, die Sintflut und vieles, vieles mehr. Weitaus älter als die Texte der Bibel. Interessant finde ich auch die Beschreibung der Erschaffung einer Krankheit, die dann zu einer Pandemie führte. Und das, was man heute als Genmanipulation beschreiben könnte. Eine Veränderung der DNA, um die Lebensspanne der Menschen zu begrenzen. Das erinnert, ja, dann doch schon sehr an hochmoderne medizinbiologische Prozesse. Aber ja, das ist natürlich nur Spekulation. Und doch soll dies mit einer bald eintreffenden Wiederkehr der Anunnaki zu tun haben. Doch dazu später mehr. Wir schauen uns jetzt erst einmal an, was denn uns dieser Insider zu berichten hat. Und warum das Pentagon von der baldigen Ankunft der Anunnaki schon längst wisse. Wir müssen damit rechnen, dass die Anunnaki schon sehr bald zur Erde zurückkehren werden. Das Pentagon hält Informationen zurück, um eine Massenpanik zu vermeiden. Eine offizielle Ankündigung ist dringend nötig. Dies sind die Worte des Autoren und Regierungsinsiders Stan Dayjoe. Anonyme Quellen innerhalb des Pentagons hätten es ihm erzählt. Eine viel zu gefährliche Wahrheit, um eigentlich darüber sprechen zu dürfen. Geschweige denn, die Namen seiner Quellen preiszugeben. Fest stehe nur, dass nicht nur das Verteidigungsministerium, sondern auch die NASA hinreichende Daten besäße, dass etwas Großes in Richtung der Erde unterwegs ist. Dieses große gigantische Objekt wird in der sumerischen Mythologie als Nibiru beschrieben, der Planet der Kreuzung. Doch Forscher sind sich heute uneinig, ob Nibiru tatsächlich ein Planet sein soll. Andere wiederum interpretieren ihn als Mond, ein braunen Zwerg oder gar als außerirdisches Raumschiff. Die bewegliche Heimat der Götter, die sich in der Vergangenheit ganz nah an der Erde befand. Dayjoe berichtet uns jetzt von dieser Rückkehr, inklusive Nibiru. Zugegeben, das klingt erst einmal mehr als nur spekulativ. Doch Dayjoe liefert uns tatsächlich auch seine Beweise dafür. Ein gigantisches Objekt, das sich über Jahrzehnte immer weiter der Erde annähere. Aber hört einfach einmal selbst. Stan Dayjoe liefert uns verschiedene Berichte, die seine Aussagen stützen sollen. Ein gigantisches Objekt, das er für das Raumschiff Nibiru hält und seine Distanz zur Erde immer weiter verringert. So berichtete 1982 die Washington Post. Ein Himmelskörper, der möglicherweise so groß ist wie der Riesenplanet Jupiter und möglicherweise sehr nah an der Erde ist und Teil des Sonnensystems sein könnte, wurde von einem Teleskop im Orbit gefunden, das auf das Sternbild Orion gerichtet ist. Der leitende Astronom Gary Neugebauer sagt, dass man nicht wisse, was es ist. 1988 veröffentlichte dann das Astronomical Journal einen Bericht vom Astronom R. Harrington. In diesem vermutet er einen Himmelskörper, der drei- oder viermal so groß ist wie die Erde und sich nun drei- bis viermal weiter von der Sonne entfernt befindet, als es der Pluto ist. Mit einer extrem ungewöhnlichen Neigung von 30 Grad. Im Jahr 2008 gaben japanische Forscher bekannt, dass es ihren Berechnungen zufolge in einer Entfernung von etwa 100 astronomischen Einheiten einen unentdeckten Planeten geben soll, der bis zu zwei Drittel der Größe des Planeten Erde beträgt. Und auch dieses Jahr veröffentlichten japanische Wissenschaftler im Astronomical Journal die Entdeckung eines erdgroßen Objekts, das sich derzeit am äußeren Rand unseres Sonnensystems befände. Die dort festgestellten gravitativen Wechselwirkungen deuteten auf etwas Großes hin. Tatsächlich gibt es auch all diese Meldungen. Und aufgrund dessen gehen nicht wenige davon aus, dass es ein Objekt gibt, das sich tatsächlich über die Jahrzehnte der Erde immer weiter annähert. Dabei müsse es aber nicht einmal planetengroß sein. Astronomen machen diese erdgroßen oder gar jupitergroßen Objekte immer nur anhand der gravitativen Wechselwirkungen mit anderen Himmelskörpern wie Asteroiden aus, schließen aber die Möglichkeit dabei aus, dass etwas künstlich Erschaffenes diese Wechselwirkung verursacht, ein Antrieb, der ein massives gravitatives Schwerefeld erzeugt. Demnach müsse dieses sich vermeintlich immer weiter annäherende Objekt gar nicht so gigantisch sein, wie sie es denn berechnen, wie die Astronomen es annehmen, sondern nur die gravitative Wirkung müsse enorm hoch sein. Stan Daccio ist aber nicht der Einzige, der von einer nahenden Ankunft der Annunaki spricht. Auch der Forscher Robert Morning Sky ist genau davon überzeugt. Doch nach ihm kämen sie uns mehr oder weniger zu Hilfe. Als die alten Götter die Erde verließen, hätten sie einen großen Fehler begangen. Genauer gesagt während der Veränderung unserer DNA, Junk-DNS, wie es heutige Wissenschaftler nennen würden. Damit verbunden sei die massive Einschränkung unserer Fähigkeiten. Dies habe zu einer katastrophalen menschlichen Entwicklung geführt. Dieser Fehler solle nun behoben werden. Und auch hier gibt es tatsächlich wissenschaftliche Studien, die darauf schließen lassen können. Laut einer These von Forschern aus Kasachstan könnte tatsächlich eine fortgeschrittene außerirdische Zivilisation den Menschen erschaffen haben. Sie fanden Hinweise darauf, dass unsere DNA programmiert wurde, bestehend aus zwei Versionen. Einem riesigen strukturierten Code und einem einfachen Basiscode. Die Forscher gehen davon aus, dass der erste Teil unseres DNA-Codes nicht auf der Erde geschrieben wurde. Die wichtigste Entdeckung sei aber, dass die Gene allein nicht ausreichen würden, um die Evolution des Menschen zu erklären. Es müsse ganz eindeutig noch etwas anderes im Spiel gewesen sein. Und dieses andere waren vielleicht jene außerirdische Götter, die wir als die Anunnaki kennen. Jene Wesen, die laut den alten Sumerern tatsächlich in unsere DNA eingegriffen haben. Mit dem Versprechen, eines Tages zurückzukehren. Eine Rückkehr, die vielleicht schon längst begonnen hat. Es ist schon wirklich faszinierend, was die frühen Sumerer über die Fähigkeiten der Anunnaki berichtet haben. Und nicht weniger faszinierend ist es, dass die heutigen wissenschaftlichen Erkenntnisse tatsächlich darauf hindeuten, was uns immer wieder Präastronautiker, Insider und viele andere sagen. Aber es bleibt natürlich nur Spekulation, auch wenn einige Dinge da schon sehr gut zusammenpassen. Die Möglichkeit sollten wir da keinesfalls vollkommen ausschließen. Spannend ist dieser Blick aus der Vergangenheit hinein in die Zukunft, aber allemal. Oder was meint ihr dazu? Schreibt es mir wie immer in die Kommentare. Und wenn euch das heutige Video gefallen hat, so lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Da freue ich mich wirklich immer sehr. Und wer noch nicht abonniert hat, der aktiviert jetzt ganz schnell die Glocke. Wir sehen uns dann morgen schon wieder. Bis dahin, Augen auf und bis zum nächsten Video.